In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, Seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, Was wollt ihr? Sie sagten ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt besetzt, der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels. Petrus. Vielen Dank.